Der Floor ist Lava! Servus Leiln! Servus! Wir sind wieder 6 Series und Leiln? Es ist arschkalt! Wirklich! Arschkalt! Und darum machen wir jetzt ein Spiel und zwar der Floor ist Lava! Damit uns ein bisschen warm wird unter die Füße! Genau! Aber vorher möchten wir uns ganz kurz noch entschuldigen und zwar 6 Series Online Shop! Er wird nicht heute online gehen! Wir haben es leider nicht geschafft, wir haben die Produkte leider erst heute bekommen, aber dafür gibt es am 8. Dezember das Opening! 8. Dezember 17 Uhr und wir haben richtig coole Sachen! Zeig mal her Fabio! Schaut euch das an! T-Shirt Signature Line! Wir haben sehr sehr lange daran gearbeitet an dem, deswegen hat sich alles ein bisschen verzögert, aber schaut euch mal das an! All Over Print! All Over Print Shirt, Signature Shirt von mir und ich kann es euch garantieren, das Shirt ist echt geil! Das ist echt richtig richtig geil! Genau! Auf jeden Fall! Um euch die Zeit ein bisschen zu verkürzen, haben wir gedacht, wir machen ein Gewinnspiel! Genau! Wie ihr daran teilnehmen könnt, seht ihr am Ende vom Video! Ja! Pass! Gehen wir, oder? Ja! Auf gehts! Der Floor ist Lava! Yo! So, Lionel, und wir spielen Floor ist Lava! So! Es fährt einer voraus, der hinterher sagt irgendwann, Floor ist Lava und dann hat der vorne Zeit, innerhalb von vier Sekunden irgendwo mit dem Bike raufzuspringen und schafft er das nicht so, bekommt dann Buchstaben und das Ganze geht bis einer Lava hat! Okay! Wie würdest du sagen? Let's go! Schnick, schnack, schnuck! Yes! Ey, da... Back in the game, Lionel! Yes! Das ist so unfair! Du rollst voraus! Ja, ey, da... So, schauen wir mal! Du hast doch die Sterne! Der Floor ist Lava! Eins... Zwei... Drei... Hahahaha! 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 Bum, bum, bumm! Das geht zur Elbe! Aber du musst da scheiß umfliegen! Hahahaha! Okay, ich muss zugeben, das war jetzt echt gemein von mir! Alter! Das kriegst du Druck und das schon bei mir schon mal! Okay! Wechseln würde ich sagen, oder? Ja! Alter, das war jetzt echt witzig! So! Der Fabio hat... Bei mir schon mal... Nein, das war schon mal nütz! Aber easy! Floor ist Lava! Eins... Zwei... Drei... Vier... Alter! Hahahaha! 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 Alter, das sei jetzt echt stark! Hahahaha! Hahahaha! Du bist wieder dran! Hahahaha! Das war jetzt echt cool! Okay! Hahahaha! 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 Okay, den lassen wir zählen. Zählen, yes. War zwar sehr, sehr knapp, aber den lassen wir gelten. Der war last minute. Last millisecondär. Ich war in der freien Wildbahn irgendwo, da war gern nix. Okay, let's go. Nächste Fahrt. Fleißlauer. Hei da. Veldende. Ich bräuchte mit einem Bike einen Side-Hop. Hei da. Okay, der skripte alles. Das war gemein. Let's go. Okay. Der Fleißlauer. Eins. Zwei. Drei. Vier. Der war knapp. Und? Ich will ihn zählen lassen. Was noch? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube schon, ja, den lassen wir zählen. Hau es ums Weiße. Das ist echt kacke von den ganzen Leuten. Das stimmt. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Läues, Läues, Läues. Läues, Läues, Läues. Wohin hätte sie sollen? Ja jetzt da auf dem Kran zum Beispiel. Gratulation. Alter, warte. Scheiße. Das war irgendwie mein einziger Ausweg. Fabio, du weißt schon, dass Plastik brennt, oder? Ja. Scheiße. Okay, weiter. So, du bist. Fangen wir an die Straße. Du willst jetzt mit, Boss. Das macht kein Sinn, oder? Wir schauen uns mal an, was wir so finden. Ja, geradeaus. Okay, der Flo ist auf. Eins, zwei, drei. Ja. Okay. Alter. Okay. Du weißt aber schon, dass der Busch anfängt zu brennen und du verbrunnen wirst. Ja. Das gibt L-I. L-I. Weiter geht's, so ist es dran. Jetzt nix, schade. Was? Ja. Okay. Okay. Los, Lava! Yo, yo! Ich hab' nicht weggekommen, Alter. Das war jetzt sehr so wackelhaft. Vor allem... Alter, die Tische, die wackeln auch ordentlich. Okay. Okay, pass. Kompleted. Kompleted. Alter. Wir sind jetzt extra gesellt, weil ich sehr nachher wähle, wie du da hoch springst. Ja, danke. Ja, jetzt fahren wir wieder mal ein bisschen... So, der Flo ist Lava. Eins, zwei, drei und vier. Alter. Der war grandios, der war grandios reagiert. Alter, wie auf so eine Idee gekommen. Der war echt grandios reagiert. Sauber. Du bist dran. Alter geht's. Martin! Der Flo ist Lava! So, leere Straßen. I'm ready. Alter. Flo ist Lava! Alter. Na, 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 na! Du bist dran. Du bist dran. Ups. Okay, ich glaube, es gibt eine Erfahrung. Alright. Auf geht's. Roll on. So. So. Ja, fahren wir mal links. Hol mal da durch. Rechts. 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 Das Flo ist Lava! Eins. Zwei. Drei. 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 Ohhhh! Ohhhh! Alter Schwede! Verdammt. Ah! Ha ha ha! Ja leck mich ja mal! Alter, gehts? Gehts? Zeig, zeig. Sauber. Egal, Elias ist wieder halbwegs fit, bis auf seine Hose. Jetzt stehts L-I-V, L-I-V. Jetzt wirds nochmal spannend, aber jetzt bin ich lieber. Okay, Autos, Autos, Autos. Jawohl, Flo ist Lava. Flo ist Lava. Eins, zwei, drei, vier. Jawohl. Alter, zwischen Autos. Schau mal, die kennen sich gerne mal aus. L-A-V, L-A-V stehts, gell? Jo, let's go. Ja, das haben wir ein paar Leute. So. So, Flo ist Lava. Eins, zwei, drei. Oh, der war aber knapp. Last second, ha? Der war aber knapp. Okay, der war gut zu sehen. Ja, da habe ich ein bisschen aufgeschaut davor. Der war gar nicht schlecht. Okay, pass. So, Fabian. Jetzt Matchball, gell? Das ist so kalt. Alter, es ist gewaltig. Boah, wir verlieren fast. Let's go. Einbauen. So, okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. Jetzt wird es regnen. Und zwar... Flo ist Lava. Flo ist Lava. Flo ist Lava. Flo ist Lava. Jonah. Ja, das ist wirklich nicht. Und der Winner ist... Danke, Lava. Fabian hat verloren. Das war jetzt der Ausweg-Final-Ding. So, geiles Game, wir haben uns gedacht. Wir münzen das Bekannte, der Flois Lava Gamer, so ins Bike ein bisschen um. Könnt ganz witzig werden. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Gratuliere. Auf jeden Fall, Gewinnspiel. Und zwar, wir haben uns gedacht, um die Zeit zum 8. Dezember ein bisschen zu überbrücken, machen wir ein fettes Gewinnspiel. Und zwar, ihr könnt die komplette 6-Series-Kollektion gewinnen. Zwölf Teile, ihr könnt sie gewinnen. Wie? Klickt einfach den Link in der Beschreibung. Ihr könnt teilnehmen mit eurer Name, E-Mail-Adresse und beantwortet die sehr, sehr schwierige Frage. Und dann nehmt es teil und eure Gewinnchancen sind doppelt so hoch, wenn ihr das Ganze nochmal teilt. Genau, und Gewinner wird beim Online-Shop Opening am 8. Dezember. Ja, der wird erwähnt. Oben wird der Leistung sein mit dem Gewinner. Genau, so ist es. Auf jeden Fall, das war's. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.